Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute das Update zum Back to Black von Shiny Garage, das Polymer Tire Dressing. Es sind jetzt zehn Tage vergangen, insgesamt 450 Kilometer, also nicht so extrem viel, aber jeder fährt etwas mehr, etwas weniger. Eins muss man mal ganz klar sagen, diese Reifenpflegen sind keine Langzeitversiegelungen, egal welche. Der Reifen bewegt sich, das Ganze dreht sich, hoffentlich bleibt es am Auto dran, wenn es sich dreht. Und der Reifen einfach hat unheimliche Kräfte auszuhalten und verformt sich auch, es kommt Dreck dran, es schießt Wasser dran und alles mögliche. Also diese Reifenpflegen sind für mich, also klar, ich mache die Langzeit-Tests, klar, aber ich erwarte hier keine drei Monate oder sowas. Wenn wir hier auf drei Wochen kommen, ist das schon wirklich viel, weil die meisten waschen die Fahrzeuge so und so. Nicht alle zwei, drei Monate, jedenfalls hier in unserer Community oder auch generell in der Wasch- oder Handwasch-Community, sondern ihr macht das vielleicht alle zwei bis drei Wochen oder vielleicht noch öfters. Deswegen lassen sich die Produkte ja auch schnell wieder auftragen. Trotzdem will ich mal gemeinsam mit euch schauen, jetzt je nach den zehn Tagen und 450 Kilometern, wie schaut es aus? Wie ist denn der Look? Das gucken wir uns jetzt mal hier an. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich hier andere Felgen jetzt drauf. Jetzt sind endlich die Sommerfelgen am Start. Das heißt, die kurze Zeit, wo ich hier die anderen Felgen drauf hatte, das sind jetzt sozusagen die Winterfelgen, das sind jetzt die Sommerfelgen. Aber wir haben die Reifen genau an dieselben Stellen wieder aufgezogen, wo es vorher auch drauf war. Das heißt, wir können auch den Test komplett weitermachen. Das sind keine neuen Reifen, sondern das sind genau die Reifen hier, ihr seht, hier ein bisschen Wasserfond drauf, die auch schon auf den anderen Felgen drauf waren. Und hier haben wir jetzt mal den Reifen, ich versuche das mal hier einzufangen, das ist gar nicht so einfach hier in diesem SB-Box-Licht. Ich hoffe, das lässt sich gut sehen. Also wir haben auch wieder hinten rechts genau den gleichen Reifen drauf, also nicht nur den gleichen Reifen vom Modell, sondern es ist genau der Reifen mit dem Back-to-Black auf diesem kleinen Bereich. Und ich denke mal, das kann man immer noch gut erkennen, dass hier, und deswegen hatte ich ja diesen Referenzreifen sozusagen mit reingenommen, dass wir hier diesen kleinen Streifen immer noch drauf haben hier in dem Bereich. Und das jetzt nach zehn Tagen und das auch, da ist es über die Kamera immer schwer einzufangen. Es ist auch immer noch sehr satt vom Look her. Ich werde jetzt mal die Kamera etwas hin und her bewegen, auch wenn man jetzt natürlich hier Licht drauf leuchten lässt, dann glänzt das auch ganz klar, wenn man hier so ein bisschen leuchtet. Aber eine Kamera hat es bei Reifenpflegen immer unheimlich schwer, also das muss man immer ganz klar dazu sagen. Deswegen bewege ich mal die Kamera etwas hin und her, damit ihr das hier besser beurteilen könnt. Das ist ganz wichtig bei so Reifenpflegen, auch mal die Lichtverhältnisse und auch den Blickwinkel zu ändern. Also ihr seht ganz klar, für mich wirklich nach zehn Tagen immer noch absolut zufriedenstellend. Ich würde jetzt keinen Grund sehen, hier nachzulegen an Produkt. Das geht definitiv in Ordnung. Man kann auch noch schön diesen Übergang hier erkennen. Das wirkt auch alles viel heller als in Wirklichkeit. Normalerweise ist das viel, viel dunkler noch. Deswegen einfach mal ein bisschen hier bewegt und gefilmt. So und jetzt schauen wir uns das mal auf der anderen Seite an, weil da war ja der Reifen komplett benetzt. Und ich muss ganz klar sagen hier, das sieht wirklich noch sehr, sehr gut aus. Deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen Unterschied einzublenden zwischen hinteren Reifen mit Back to Black. Und wir schauen erst mal, ob wir jetzt zu vorn einen Unterschied sehen. Ich glaube, man kann es doch erkennen. Hier ist ein bisschen Wasser drauf vom Abspülen der Front. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, also hier sehr schön gleichmäßig. Hier hat man natürlich jetzt keine Kante. Ihr habt noch deutlich die Dunkelfärbung, Auffrischung. Auch sehr schön gleichmäßig, keine Striemen. Man hat auch hier, ich gehe jetzt mal ein Stück näher ran, man hat auch hier keine Spritzer irgendwie, die hier rausgelaufen sind. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist das hier. Seht ihr das? Hier haben wir so einen Bereich, wo das Produkt etwas zu dick aufgetragen wurde. Und ihr seht, es ist sogar so fest geworden. Und das will ich euch zeigen, dass das hier zwischen Felge und Reifen wie so eine Art Gel gebildet hat. Also das ist wirklich so der Punkt, der mir aufgefallen ist. Das heißt, auch sowas möchte ich euch einfach zeigen, weil das gehört zur Objektivität dazu. Wenn ihr solche Bereiche entdeckt, und ich habe halt vielleicht nicht 100% kontrolliert, weil das vielleicht unten, hier unten in dem Bereich war. Also sowas hier, das wird dann richtig, so ein richtiges Gel. Und dann lässt sich das auch noch verreiben. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich gehe mal mit dem bloßen Finger hier drüber. Seht ihr das? Zack und weg. Magic Finger. Also, wenn ihr sowas entdeckt, geht einfach nochmal mit dem Tuch oder mit dem Applikator drüber. Das kann durchaus passieren, wenn ihr hier mit dem Applikator aufsetzt, dass ihr euch ein bisschen Produkt hier reindrückt. Ihr seht es hier, ist halt einfach nicht so schlimm. Nehmt euch ein bisschen Tuch und wischt es ab. Und ich wollte das aber nicht rausnehmen aus dem Video. Ich wollte es euch einfach zeigen, weil das ist halt einfach die Realität. Und deswegen einfach darauf achten, wenn ihr Bereiche habt, wo das Produkt etwas zu dick aufgetragen ist, da einfach nochmal nacharbeiten. Und ihr seht, es geht immer noch nach 10 Tagen hier. Und es hat sich ja so nach außen gearbeitet, lässt sich das ultra schnell wegwischen. Es ist nicht so, dass es hier irgendwie festkrustet oder einbrennt oder festklebt, sondern ihr könnt das hier mit dem Tuch oder in meinem Fall jetzt bloß mit dem Finger einfach zack verreiben und fertig. Also das ist wieder mal ein positiver Punkt, wie ich finde, weil das war mein Fehler, dass das hier so dick aufgetragen war. Und deswegen einfach nochmal mit ins Video reingenommen. Weil das finde ich super, dass so ein Produkt auch im Nachhinein sich noch problemlos, in Anführungsstrichen, verteilen oder auch entfernen lässt. Also sehr schöne Sache. Ja, und damit sind wir mit dem kleinen Update durch. Also optisch ist es immer noch sehr, sehr schick. Hier auf der Seite, wie gesagt, war ja nichts drauf. Hier ist bloß der Reifen komplett nass. Auch ein bisschen gräulich vom Ton her. Jetzt sieht das auch nochmal hier. Und wenn wir jetzt eins zu eins hinter gehen, dann sehen wir hier, dass der Reifen deutlich satter und kräftiger vom Ton her wirkt. Jetzt habe die Kamera, es ist echt immer ultra schwer, Reifen pflegen zu filmen. Aber man sieht deutlich einen Unterschied jetzt hier. Doch ganz, ganz deutlich. So, damit sind wir durch mit dem Back to Black. Ja, was sagt ihr? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Ich muss ganz klar sagen, vom Auftragen her super einfach. Auch jetzt die Aktion, deswegen zeige ich euch nochmal mit diesen Rückständen, die eigentlich zu viel einfach aufgetragen. Auch das lässt sich problemlos nochmal wegwischen. Und auch so, ich würde es vielleicht aller, jetzt sind wir bei 10 Tagen, wenn es zwei Wochen hält, gucken wir auf jeden Fall nochmal nach. Das nächste Video wird dann schon das Endfazit sein, sozusagen. Also das würde ich das letzte Video dazu. Dann werde ich euch so die Standzeit mitgeben, die das auf dem Fahrzeug hier geschafft hat, mit Kilometer und Zeit. Aber ich denke mal, wir werden vielleicht auf zwei, drei Wochen kommen. Obwohl, wir sind ja schon bei 10 Tage. Ich denke, also drei Wochen wäre cool. Wir schauen es uns einfach mal an. Ich gebe euch mal ein Feedback dazu. Und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Testet das Back to Black gerne mal aus. Und wenn ihr es auch schon getestet habt, dann eure Feedback unten in die Kommentare rein. Schreibt mal ein, wie hat es bei euch gehalten? Wie war es vom Look her? Hat es sich irgendwie verteilt? Durch die Gegend gespritzt? Hat es mal ein Kotflügel oder irgendwas? Also lasst es wirklich nach dem Auftragen ruhig abtrocknen. Locker einen Tag lang. Also nicht hier fett und dick auftragen und dann erst mal schön auf die Autobahn. Ja, das würde ich mir keine Reifenpflege machen. Also in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Update. Kurzes Feedback zum Back to Black. Euer Sebastian. Ciao. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ja, für mich geht es jetzt hier ans nächste Video. Ciao. Euer Sebastian. Untertitelung des ZDF für funk, 2017